Ja, ich bin Radek Wegers von xBett-Tipps. Mal wieder mal ein Video zu meiner 2xBett-Sportwetten-Strategie. Dort gibt es ja verschiedene Wettstrategien in einem Account auf BloggerBett, 2xBett.bloggerBett.com. Heute geht es mal um eine Strategie, die ich bisher noch nicht wirklich oft vorgestellt habe, die Auswärtssiege, die hier bisher 14 Picks ergeben, was nicht viel ist, aber das sind einfach Premium-Picks, die, wenn sie einlaufen, dann sehr hohe Quoten haben oder eine hohe Trefferquote auch, auch wenn jetzt hier mal eine verloren gegangen ist. Das ist natürlich normal. Das ist ja auch keine 100% Trefferquote. Sowas gibt es nicht. Auch 80% ist jetzt nicht unbedingt erstrebenswert. Mir geht es in erster Linie um Profit und das macht diese Auswärtswinner-Strategie bisher, wie man sehen kann. Und so soll es weitergehen. Allerdings gibt es bei dieser Strategie sehr wenige Premium-Picks. Allerdings gibt es jeden Tag ungefähr 10 sehr interessante Picks, die fast alle Kriterien erfüllen, aber auch nicht ganz. Die haben dann wahrscheinlich immer zu wenig Spiele schon erst absolviert oder haben eine zu niedrige Quote oder haben ein zu starkes anderes Heimteam und so Sachen, die dann Grund dafür sind, dass solche Picks wie jetzt auf Kashiba in Japan, dass das nicht hier in die Premium-Picks reinkommt. Aber ich habe jetzt seit Anfang August hier alle Auswärts-Picks, die so gekommen sind vom System, hier auf SofaScore getrackt. Da kann man über die App ja, wenn man ein Profil einrichtet, einfach bei jedem Spiel seinen Tipp 1x oder 2 abgeben. Ich mache das halt nur mit Auswärts-Spielen, um hier das übersichtlich zu haben. Und was das Coole daran ist, das wird halt hier alles direkt ausgewertet. Hier sehen wir den Verlauf der letzten 30 Tage nur mit diesen Wetten auf Auswärts-Siege. Da habe ich von 174 Wetten 93 gewonnen, bei einer Durchschnittsquote für 2,19. Ergibt das einen Gewinn von 27 Einheiten. Das heißt, wenn ich eine Einheit pro Spiel gesetzt habe, hätte ich 27 Einheiten Gewinn mit diesen 174 Wetten gemacht. Also angenommen, du setzt auf jede Wette 10 Euro, werden das 270 Euro Gewinn. Und das ist für so ein Nebenprodukt oder eher Abfallprodukt einer Strategie schon sehr, sehr gut. Von daher, wenn auch die letzten Picks nicht so erfolgreich waren, werde ich das weiter verfolgen. Und für morgen habe ich ein paar Auswärts-Siege, die ich jetzt mal kurz vorstellen werde, ohne Gewehr. Und am besten auch nicht draufsetzen. Nicht, dass es dann heißt, da sind ja doch nicht alle eingetroffen oder sonst irgendwas. Kann natürlich immer sein, dass es nicht so läuft. Ich kann nur sagen, wie es in der Vergangenheit gelaufen ist. Das ist aber keine Garantie, dass es in Zukunft genauso läuft. Gut, also Kashiva, da braucht man kein Hellseher sein. Die sind Erster in der J-League und spielen jetzt gegen den Letzten. Da wird die Quote von 1,4 einigermaßen attraktiv. Aber würde ich jetzt nicht drauf setzen. Deswegen ist es auch kein Premium-Pick. Kann man vielleicht damit irgendwas kombinieren. Andererseits, mei, vielleicht sind die schon satt oder was weißt du nicht, soll hier keine Analyse werden. Dann Seoul in Korea ist schon interessanter mit einer 2,15er-Quote. Und die spielen auch gegen den Letzten. Haben allerdings zuletzt nicht besonders erfolgreich gespielt. Dennoch mit der 2,15er-Quote ein Coin-Flip, was die Leute hier sagen, die abgestimmt haben. 51% sagen, Seoul gewinnt. Das ist die 2er-Quote quasi. Da ist die 2er-Quote noch gut. Gut, dann haben wir hier Steinbach-Heiger gegen Freiburg. Hier haben wir keine Quote drin. Ich bin auch kein Experte im Amateurfußball. Hier gab es auch wenig Spiele. Steinbach ist stark gestartet in die Liga. Freiburg nur ein Sieg aus 5 Spielen. Klare Sache, wenn man diese Statistik so als Maßstab nimmt. Dazu kommen noch andere Faktoren wie Torchancen, Effizienz. Oder eben mehr wichtig ist natürlich auch immer, wie viele Tore kassiert eine Mann. Und wie viele Tore kassiert eine Mannschaft auswärts. Aber auswärts war Steinbach jetzt auch nicht besonders glorreich. Alles in allem gibt es eine 2,5er-Quote oder 2,6er-Quote oder sogar noch mehr. Bei Bet365 oder bei Pinnacle. Sodass sich das durchaus lohnen könnte, darauf zu setzen, langfristig. Wette wird höchstwahrscheinlich verloren. Aber so darf man beim Wetten nicht denken. Denn eine Wette kann immer so oder so ausgehen. 10 Wetten können auch mal Verlust haben. Auf 100 Wetten zählt es. Deswegen habe ich so meine 100er-Regel. Ich schaue mir 100 Wetten von einem Tippschein-Service an, von einem Tippster in irgendeiner Gruppe. Und kann dann relativ gut schon einschätzen, ob der was drauf hat. In der Art, wie er seine Wetten abgibt. Was er so für Wetten postet. Und vor allem dann, wie viel Gewinn er auf 100 Wetten macht. Oder wie sein Yield auf 100 Wetten ist. Und von daher habe ich diese 100er-Regel. Alles, was weniger ist. Ja, man kann es natürlich auch schon 25 Wetten sehen oder so. Aber manchmal hat man einfach auch eine schlechte Phase mit 25 Wetten. Und dann geht es voll ab oder so. Jeder kennt das vielleicht. Es ist sehr phasenlastig. Und von daher, die 100er-Regel hat sich bei mir eigentlich bewährt. Und von daher, eine Wette sagt eigentlich nichts aus. Und man muss da immer ein bisschen Geduld haben. Gerade weil Sportwetten kein Sprint ist, sondern ein Marathon. Und eine interessante Wette auch in Dänemark. Erste Division. Der Bolt-Club gegen Skiwe. Hier hat Skiwe eine sehr hohe Auswärtsquote. Woran das liegt, personelle Dinge oder sonstige Sachen. Dass halt vielleicht Valle nur einen schlechten Start hatte. Und Skiwe eigentlich overperformed. Kann alles mit rein spielen. Fakt ist, dieses Spiel hat Value, dass die 4er-Über-4er-Quote hier auf Skiwe gut ist. Micheland hingegen, Top-Team in Dänemarks in 1. Liga. Hat bisher eine weiße Weste. Nur ein Unentschieden aus 6 Spielen. Sonst Siege. Spielt gegen Sonderiski. Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Dafür kann ich zu wenig Dänisch. Aber, ja. Schaut hier vom Tabellenstand her einfach aus. Und wenn man der Masse hier glaubt, die mehr als 2.000 Leute, von denen haben 67 auf Mützschland gewettet. Und bei einer 2er-Quote wäre das doch ganz attraktiv auf die zu setzen. Kann natürlich so oder so ausgehen. Immer der Hinweis. Weil anscheinend ist das nicht jedem klar. Dass Wetten nicht nur ein Spiel ist, wo es drauf ankommt. Und ich gebe dir jetzt einen Tipp, der gewinnt. Und dann setzt du da alles, was du hast drauf. Und dann machst du das immer wieder, immer wieder. Und irgendwann kommt ein Tipp. Dann ist es das klarste Spiel der Welt. Und du verlierst trotzdem. Und dann hast du zu viel gesetzt und bist pleite. Deswegen teile deine Bankroll in 100 Abschnitte. Wenn du 1.000 Euro zur Verfügung hast zum Wetten, setze pro Wette maximal 10 Euro. Oder wenn du dich ein bisschen besser auskennst, 25 Euro. Alles, was drüber liegt, ist schon sehr, sehr anspruchsvoll. Also da sollte man sich wirklich sehr gut auskennen. Ich will jetzt nichts vorschreiben. Ich will nur sagen, dass die besten Sporttipps der Welt das so machen. Und es gibt Ausnahmen bestimmt. Leute, die einfach immer Glück haben. Sowas gibt es auch. Es gibt Leute, die immer Glück haben. Es gibt Leute, die immer Pech haben. Aber du bist jetzt nicht derjenige, der zum Beispiel den Lotto-Checkpot gewinnt und davon ausgehst. Du musst eigentlich immer davon ausgehen, dass du so bist wie der Durchschnitt. Und dann machst du am wenigsten Fehler. Da haben wir hier Cajka gegen Ivanova. Ich weiß gar nicht, wo die sind hier. Die sieht man gar nicht oder wie? Sind die Letzter? Ne, die sind hier jetzt in der Auswärtstabelle zumindest zu sehen. Auch eine sehr hohe Quote dafür, dass die Mannschaften relativ eng beieinander sind. Oder nicht so weit auseinander sind zumindest. Und es gibt noch sehr wenig Spiele in der Saison. Von daher mit einer 325er-Quote macht man da anscheinend weniger falsch. Und in Polen ein Spiel, zwei Mannschaften, die man wirklich nur als polnischer Native Speaker aussprechen sollte. Sonst bricht man sich die Zunge. Die Mannschaft mit P auf Platz 3 hat beide Spiele gewonnen. Klar, das heißt nichts. Und die andere Mannschaft ist knapp dahinter. Aber die Quoten driften schon ziemlich auseinander. Von daher sehen wir hier das Value auf der Gastmannschaft. Und das Letzte ist noch Luch-Vladivostok. Oder Lutsch. Russisch kann ich genauso wenig. Sorry, meine Sprachen sind extrem beschränkt auf Deutsch und ein bisschen Englisch. Französisch hat ja auch mal in der Schule. Naja, aber das war kein erfolgreiches Kapitel. Baltica, drei Punkte zu Hause. Und Lutsch, vier Punkte auswärts. Alles in allem schauen die Mannschaften hier sehr ebenbürtig aus. Und bei solchen Fällen liegt dann das Value eben auf der höheren Quote. Wenn man das so vereinfacht sagen kann, da spielen natürlich noch ganz andere Dinge eine Rolle. Wenn man die Mannschaften genauer kennt, kann man das besser einschätzen. So ist es einfach ein Zahlenspiel. Bei 10.000 oder 20.000 Spielen, die ich analysiert habe, gibt es halt dann statistische Zwillinge zu diesen Spielen, die so in der Situation ähnlich gelaufen sind. Und in den Fällen, wenn da bestimmte Faktoren zusammengespielt haben, wie zum Beispiel, dass die Auswärtsmannschaft wenig Gegentore gekriegt hat, wie Lutsch hier, auch wenn es erst zwei Spiele waren, hat in zig Fällen die Auswärtsmannschaft dann gewonnen. Und da die Auswärtsmannschaften immer relativ attraktive, höhere Quoten haben, ist das auf lange Sicht so oder so profitabel. Also das sind jetzt alles keine Winnerpicks, aber auf die Summe könnte es auf Gewinn rauslaufen, so wie es jetzt die letzten 30 Tage hier lief. Kann natürlich auch anders laufen. Ich habe in diesem SofaScore-Account schon hier insgesamt 3.000 Spiele versucht vorherzusagen. In den Anfangszeiten habe ich natürlich so gut wie jedes Spiel so, dass es angeboten wurde, auch wenn ich mich überhaupt nicht ausgekannt habe, getippt. Und von daher ist diese Gesamtbilanz jetzt keine allzu positive Geschichte. Aber wie gesagt, diese Auswärtssiege in den letzten 30 Tagen haben sich sehr gut entwickelt. Und wenn es so weitergeht, dann freuen wir uns alle zusammen. Und ich würde jetzt, wie gesagt, nicht großartig viel darauf setzen. Wenn ihr eh schon einen dieser Tipps im Auge hattet und euch besser in diesen Ligen auskennt, dann könnt ihr euch vielleicht bestätigt fühlen. Oder denkt, ja, die Statistik funktioniert überhaupt nicht, weil Freiburg viel besser ist oder keine Ahnung. Wie gesagt, Einzelspiele können immer so oder so ausgehen. Aber in der Summe dieser Spiele könnte oder sollte es so sein, dass es am Ende des Tages mit einem Gewinn endet. Und wenn nicht, dann war es halt ein schlechter Tag, ein schlechtes Beispiel, dass man jetzt natürlich beim Video peinlicherweise dann mir unter die Nase reiben kann. Aber gut, so ist es halt. Im Endeffekt könnt ihr alle Tipps kostenlos auf BloggerBet verfolgen. Die Away-Winner haben drei Einheiten jetzt. Die Premium-Picks. Da könnt ihr auch einfach dann auf 2xbet.bloggerbet schauen. Dann kommt ihr hier zum Blog und habt dann hier alle zukünftigen Tipps drin. Meistens sind das Under-2,5-Wetten. Das sind meine erfolgreichsten. Aber hier zum Beispiel haben wir auch dieses Chaika gegen Ivanova-Spiel. Das ist anscheinend ein Premium-Pick. Trotzdem natürlich, seid gewarnt, diese 3-2er-Quote heißt, dass ihr sie wahrscheinlich auch nicht gewinnen werdet. Aber muss man auch nicht. Von diesen 3er-Quoten muss man eine von drei gewinnen, um wirklich sehr profitabel zu sein. Und wenn es die nicht ist, dann ist es eine andere oder war es schon eine andere davor, denn auch diese Strategie hier ist profitabel. So, krass, nur da 2 haben wir noch. Auch als Premium-Pick mit der 2,88er-Quote. Au, hoffentlich lassen die mich nicht im Stich. Und Steinbach, ja, 2,2er-Quote. Und Seoul sogar. Also, hier ist doch einiges geboten. Und dann noch Osaka. Die habe ich jetzt gar nicht dabei gehabt. Gut. Mal schauen, ob ich hier meine Tipps auch ins Trockene bringe. Und, ja, alle Infos dazu gibt es auch auf unserer Webseite xbet.tips. Slash 2xbet. Da könnt ihr euch dann beim Wettanbieter anmelden und kommt bis Jahresende kostenlos in den Telegram-Kanal. Ansonsten gibt es die Picks ab September auch bei Bloggerbet zu kaufen dann. Ist zwar jetzt noch nicht sehr attraktiv, weil der Yield von 4% im Gesamt-Account wahrscheinlich keinen vom Hocker reißen dürfte. Vielleicht, ja, muss ich in der Tat diesen Account nochmal resetten. Fakt ist, ich habe den nach der Testphase nicht resettet und seitdem ich hier mit den Tipps im V2-System bin, also nachdem ich die Testphase nochmal analysiert habe und meinen Schlüssel daraus gezogen habe, nochmal die Systeme überarbeitet habe, gibt es hier ein Yield von 15%. Einsatzbereinigt beträgt der Gewinn hier musst du halt 13 Einheiten, hier sind es zwei Einheiten, also die 77 durch zwei und so weiter, ändert sich aber relativ wenig am Yield, der ist auf einem guten Weg und das seit 5 Wochen jede Woche mit Profit abgeschlossen wurde, ist natürlich auch ein Qualitätsmerkmal. Außerdem sind die Tipps hier alle immer bis zu 12 Stunden vorher gepostet, ihr könnt die alle ganz easy locker nachtippen, bei Bet365 gibt es alle diese Wetten und viele davon gibt es auch bei anderen Wettanbietern, so bei asiatischen Wettanbietern, die wesentlich bessere Quoten anbieten noch oder sogar dieses Spiel war natürlich sehr schön heute, Buchbach hier unter 2,5 Tore war. Ja, gut, bei Fragen gerne in die Kommentare, das ist natürlich nichts für Centzocker oder 10-Euro-Zocker, das ist halt schon was für Leute, die so Statistiken auch selber einschätzen können und wissen, was jetzt ein Yield bedeutet oder mir nicht dann blöd kommen, wenn ich mal jetzt in 3 Tagen bei 10 Wetten 6 verliere, was ja absolut normal ist bei einer Varianz, wenn man eine Trefferquote um die 50% hat und so weiter. Das ist eine langfristige Geschichte, das ist nachweislich seit 5 Wochen mit mehr als 400 Picks hier profitabel, das ist mehr als dir jeder andere Wetter da draußen wahrscheinlich, bis ein paar echt gute Ausnahmen, die ich auch sehr schätze und auch jederzeit weiterempfehle wie Frank Rüll oder German Insider Picks, das sind einfach die findet ihr auch auf Bloggerbett und diverse andere, aber ja, es gibt halt jeden Tag 5 bis 10 Leute, die irgendwas in unsere Facebook-Gruppe posten oder von denen ich irgendwelche Excel-Tabellen, Statistiken sehe, wo ich mir einfach nur an den Kopf fassen kann, wie Leute darauf reinfallen oder das gut finden, klar, unter denen sind bestimmt auch ein paar ganz gute Sportwetter dabei, aber im Endeffekt haben sie keine Beweise dafür und es ist einfach, man kauft die Katze im Sack, wenn es kostenlos ist, gut und schön, dann folgt man denen, verschwendet im schlimmsten Fall seine Zeit oder ein bisschen Geld oder auch viel Geld, dann ist man aber selber schuld und im Endeffekt ja, weiß es auch nicht, ist ja wie bei Aktien einfach, jemand, der in der Vergangenheit erfolgreich war, hat nicht die Garantie, dass er auch in Zukunft gut performt, aber man weiß zumindest ungefähr, welchen Wert dieser Tipps da hat und wenn man halt jemanden hat, der sagt, ja gut, der am Wochenende wieder 5000 Euro gewonnen oder so, wie viel ist sowas wert, warum postet, hat der keine verifizierte Statistik von einem Drittanbieter, naja, so meine zwei Cents, mein Wort zum Sonntag, in diesem Sinne noch einen schönen selbigen, bis zum nächsten Mal, euer Radek.